Moin Moin und Willkommen zu den April Release News, Shopware 6.5 ist nun da und bringt wie jedes Major Release viele Verbesserungen und Neuheiten mit. Welche technischen Veränderungen erwarten dich, auf welche neuen Features kannst du dich freuen und was müssen Händler und Entwickler wissen, all das erfährst du hier. Starten wir also mit den generellen News und den vielen technischen Verbesserungen. Zunächst einmal der Performance Boost. Mit der neuesten Shopware-Version kannst du von massiven Performance-Verbesserungen auf der Plattform profitieren. Fünfmal schnellere Performance bei Bestellungen, viereinhalbmal bessere Median-Response-Time auf allen Seiten und dreimal höhere Anfragen für Arbeitung ohne Zwischenspeicherung. Wie das? Wir haben die Datenbank an Redis ausgelagert und so Last verringert, Datenbankschwerung entfernt und die Caching-Strategie verbessert. Doch nicht nur das, auch die Administration ist um 200% performanter. Dies ist möglich, weil wir Dateigrößen um bis zu 600% reduziert haben. Außerdem haben wir Lazy Loading implementiert, wodurch Inhalte wie Bilder und Videos erst dann geladen werden, wenn sie auch tatsächlich benötigt werden. Zusammengefasst kannst du dich also auf eine flüssigere, schnellere und angenehmere Nutzung von Shopware freuen. Nun auch noch die sonstigen Verbesserungen. Hierbei haben wir den Software-Code aufgeräumt, konnten unnötige Belasten loswerden, sinnvolle Ergänzungen sowie Updates vornehmen und vieles mehr. Verbesserungen im Core und Admin sind zum Beispiel die Integration von OpenSearch. Elasticsearch wird allerdings immer noch supported. Symphony Updates sorgt für zusätzliche Funktionen und einer neuen Message Queue. Neue Updater für bessere Kompatibilität zwischen Apps, die auf dem Plugin-System basieren. Unnötige Abhängigkeiten wurden entfernt und dann ein optimierteres Design. Dann die Verbesserung im Storefront ist ein Update auf Bootstrap 5. JQuery wurde entfernt und hier ist natürlich auch ein optimierteres Design. Mehr Details zu den technischen Neuerungen kannst du in der Developer News nachlesen. Kommen wir nun zu den Features von Shopware 6.5. Hier zuerst einmal die Lieferankündigung für die neuen EU-Geoblocking-Regulation. Ist also ein Land nicht lieferbar, wird dieses direkt im Frontend auch angezeigt. Gehe ich nun also in die Einstellungen zu den Ländern. Nehmen wir als erstes einfach Afghanistan. Dann haben wir hier den Versand deaktiviert, aber das Land ist trotzdem als Option aktiv. Heißt, es kann ausgewählt werden, aber der Versand hier ist nicht möglich. Dies soll nun angezeigt werden. Im Frontend, wenn ich mich registriere, kann ich also bei der Landauswahl direkt sehen, Afghanistan keine Lieferung möglich. Als nächstes kommen unterschiedliche Adressformate. Du bestimmst, wie Adressen abgefragt und angezeigt werden. Länder und Regionen unterscheiden sich hinsichtlich der typischen Adressformate, vor allem in Bezug auf Postleitzahlen. Und du als Händler kennst die Anforderungen deiner Zielmärkte am besten. Daher geben wir dir die Freiheit, die Adressformate nach deinen Wünschen anzupassen und validieren zu lassen. Bei der Postleitzahl gibt es hierbei dann unsere Standardvalidierung oder eine erweiterte Validierung, die du individuell gestalten kannst. Zudem kannst du die Adressformate anpassen. Hierbei kannst du Felder ergänzen, Trennzeichen und verschiebe diese einfach per Drag & Drop. Zum Beispiel möchte ich lieber diese Spalte unter Vorname, Nachname haben. So kannst du für verschiedene Länder und Regionen deinen Wunschlayout für Adressen definieren. Dieses Layout begegnet dir dann und deinen Kunden dann an allen Stellen, wo Adressen dargestellt und abgefragt werden. Heißt im Storefront, in der Administration und in Dokumenten. Das nächste Feature ist für unseren Rule Builder und dieses sorgt für mehr Klarheit beim Erstellen von Regeln. Mit dem Rule Builder kannst du anhand von Bedingungen individuelle Regeln erstellen, ob für Promotions oder zur Berechnung der Versandkosten. Hierbei gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und Bedingungen, die du dazu nutzen kannst. Doch nicht alle Bedingungen können in jedem Kontext eingesetzt werden. Es kann zum Beispiel sein, dass eine bereits bestehende Regel eine neue blockiert und umso wichtiger ist es beim Anlegen von Regeln zu verstehen, warum eine bestimmte Bedingung oder Regel nicht zugewiesen werden kann. Daher haben wir erklärende Hinweisfelder ergänzt, die für Klarheit sorgen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Versand reingehe und hier eine Einschränkungen mit einer Regel hinzufügen möchte, dann sehe ich hier, Regeln sind ausgegraut und mit einem Text. Diese Regel verwendet Bedingungen, die die Zuweisung zur Preisregel verändern. Diese Bedingungen sind Gesamtsumme. Damit weiß man, dass das Problem die Gesamtsumme ist. Das nächste Feature ist die verbesserte Usability für die Bestellverwaltung. Bestellungen anlegen, pflegen und verwalten, all das kannst du in dem entsprechenden Modul in der Administration. Damit die tägliche Arbeit rund um Bestellung für dich noch einfacher, ansprechender und übersichtlicher wird, haben wir das Modul überarbeitet. Und das ist neu. Ob Kunden, Produkte oder Optionen, sämtliche Informationen sind nun übersichtlicher in verschiedenen Themenbereichen unterteilt. So findest du schneller, was du suchst. Hierbei also allgemein erstmal die Details, Dokumente. Und für alle kommerziellen Pläne, also Shopware, Rise und höher, gibt es außerdem nun einen neuen Reiter, den Retourenmanagement. Hierzu aber dann mehr in den kommerziellen News. Dazu kommt, wenn man eine Bestellung anlegt, kann ich hier nun einmal die Kunden auswählen, ein Produkt hinzufügen, jeweils auch über die einzelnen Reiter, die Optionen auswählen, nochmal die Rechnungsadresse und zu guter Letzt kann ich dann noch eine Vorschau erst generieren lassen, wo ich nochmal alle Informationen sehen kann und nochmal überprüfen kann, ob wirklich alles passt, bevor ich die Bestellung dann abspeichere und erstelle. Das nächste Feature ist das neue Interface für Steueranbieter. In Shopware kannst du Steuersätze je Land, Produkt und Kundengruppen verwalten und anpassen. Dies ist ein erheblicher Vorteil, wenn du international erfolgreich verkaufen möchtest. In Ländern wie den USA sind die Steuersysteme und Regeln jedoch so komplex, dass sich der Einsatz externer Steuerdienste anbietet. Damit die Anbindung und Berechnung der Steuern anhand dieser Tools noch einfacher gelingt, haben wir ein neues Interface für die Steueranbieter eingeführt. Beim Checkout verbindet sich Shopware dann mit den externen aktiven Steuerdiensten und lässt sich von diesen den finalen Warenkorbwert basierend auf validen Steuerberechnungen ausgeben. Diesen Bereich findet man dann normal unter Einstellung Steuern und wenn jetzt Steuerdienste integriert sind, dann würde man die Auflistung hier sehen. Hierbei kann man dann eine Priorität zum Beispiel festlegen oder Regeln für die Verfügbarkeit. Als nächstes wurden neue Kundenbedingungen für den Shopware Rule Builder und Flow Builder hinzugefügt. Kunden sollten im Mittelpunkt deiner Strategie stehen, um langfristig Erfolg zu haben. Damit du von effizienten Automatisierung profitieren kannst, die auf deinen Kunden abgestimmt sind, haben wir den Rule Builder und Flow Builder um neue Bedingungen ergänzt. Die neuen Bedingungen können sich beispielsweise darauf beziehen, wie Altkunden sind, wann Kunden sich zuletzt eingeloggt haben, wann Kunden zuletzt bestellt haben bzw. was für ein Produkt, ob Kunden einen Affiliate oder Kampagnencode benutzt haben, ob Kunden manuell im System angelegt wurden, in welcher Stadt oder Region sich die Rechnungsadresse der Kunden befindet, ob die Kunden den Status aktiv oder inaktiv haben. Kommen wir nun also zu den Commercial Shop Renews. Hier geht es um die Features, die nicht in der Community Edition enthalten sind, sondern nur mit unseren Plänen. Bei dem ersten Feature handelt es sich um ein Feature für unsere Beyond Kunden. Bei diesem handelt es sich um Flow Builder zeitverzögerte Aktionen. Löse Flows aus dem Flow Builder zeitversetzt aus für das perfekte Timing mit wenig Aufwand. Lege beispielsweise einen Flow fest, der automatisch sieben Tage nach dem Versand einer Bestellung startet und dafür sorgt, dass eine E-Mail verschickt wird. In dieser könntest du dann einem Kunden um eine Produktrezension bitten, weitere passende Artikel empfehlen oder vieles mehr. Es gibt zahlreiche Szenarien, in denen du mit zeitverzögerten Aktionen Prozesse vorausplanen und automatisieren kannst. Bei dem nächsten Feature handelt es sich um das Retourenmanagement für alle Shopware Rise, Evolve und Beyond Kunden, also für alle kommerziellen Pläne. Wenn Kunden also ein Produkt zurückgeben möchten, kannst du die Retour direkt in der Administration verwalten, pflege diese direkt in der Bestellung ein und gib dabei die Menge und optional auch einen Kommentar an. Zu allen Bestellungen, für die du eine Retour angelegt hast, findest du nun außerdem einen zusätzlichen Reiter. Dort kannst du alle wichtigen Infos zur Retour einsehen, zum Beispiel den Retourenstatus, die Versandkosten und vieles mehr. Kommen wir nun noch einmal kurz zu den Depth News. Hier nur einmal eine kompakte Zusammenfassung über die wichtigsten Änderungen für Entwickler. Erstmal einige der wichtigsten Änderungen beinhalten Breaking Changes in der Struktur der Manifest.xsd-Datei, die vom Apps-System basierenden Apps und im Bestellmodul der Administration verwendet wird. Außerdem wird Internet Explorer 11 nun nicht mehr unterstützt und es wird ein Update von Bootstrap auf Version 5.5 vorgenommen. Dies hat weitere wichtige Änderungen, zufolge beispielsweise die Entfernung von jQuery als Abhängigkeit. Dann wurde die Administration verbessert und zwar in Bezug auf Performance und Erscheinungsbild. Dadurch ist es jetzt möglich, Inhalte aus benutzerdefinierten Entitäten im CMS zu verwenden. Außerdem wird das Hinzufügen von Regeln durch Apps komfortabler. Es gibt viele weitere Änderungen wie im Cue-System und der Verwaltung von Abhängigkeiten von Pluginsystemen basierenden Apps über den Shopware Composer-File. Und wenn du Code entwickelst, der in Shopware integriert, solltest du unbedingt den vollständigen Blogbeitrag mit allen Details lesen. Zuletzt wünschen wir dir noch viel Spaß und Erfolg mit allen Neuerungen dieser Version und natürlich möchten wir allen GitHub-Contributors für ihre Pull-Requests danken, die in dieser Version eingeflossen sind.